Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2020 für Realschule in Baden-Württemberg, Wahlaufgabe 2a. Aufgabe 2a lautet, von einer regelmäßigen achtseitigen Pyramide sind bekannt, die Seite a mit 6,2 cm, das ist diese, diese, diese und so weiter, die Seite s mit 32 cm, das ist diese oder diese und so weiter. Der Punkt c liegt auf der Höhe h der Pyramide, c liegt also auf der Höhe der Pyramide. Das Dreieck abc, das ist dieses hier, soll den gleichen Flächeninhalt haben wie eines der Manteldreiecke, zum Beispiel dieses hier. Berechnen Sie die Länge von sc. Diese Länge bekommen wir raus, indem wir von der kompletten Pyramidenhöhe die Höhe des Dreiecks hier abziehen, dann bleibt das Blaue übrig. Das hier ist also unser Ansatz. Ich beginne mit dem Flächeninhalt des Manteldreiecks. Der Flächeninhalt vom Manteldreieck oder allgemein vom Dreieck ist ein Halb mal Grundlinie mal Höhe. Schauen wir uns so ein Manteldreieck mal an. Diese Seite hier unten ist die Seite a und diese Seite hier ist die Seite s. Ich zeichne das Dreieck nochmal heraus. Es schaut wie folgt aus. a kenne ich schon, aber die Höhe von a kenne ich noch nicht. Diese kommt aber in einem rechtwinkligen Dreieck vor. Das hier unten ist die Hälfte von a, a halbe und s kenne ich und da es ein rechtwinkliges Dreieck ist, kann ich den Satz des Pythagoras anwenden. Der geht wie folgt. Die eine Kathete zum Quadrat, in unserem Fall a halbe, plus die andere Kathete zum Quadrat, ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat. h a soll alleine stehen, das heißt das muss auf die rechte Seite. Anstatt plus rechne ich das Gegenteil, minus. Links bleibt h a übrig und rechts s Quadrat, minus a halbe zum Quadrat. Damit das hoch 2 verschwindet, mache ich das Gegenteil, ich ziehe die Wurzel auf beiden Seiten. Die Wurzel von der kompletten rechten Seite und für s setze ich jetzt 32 ein und für a setze ich meine 6,2 ein und die Zentimeter schreibe ich schon mal hinten hin. Und wenn ich das hier berechne, erhalte ich ca. 31,85 Zentimeter. Diesen Wert kann ich für h a einsetzen und für a setze ich 6,2 Zentimeter ein, das Ganze noch berechnen und ich erhalte für den Flächeninhalt des Manteldreiecks ca. 98,74 Quadratzentimeter, was gleichzeitig auch der Flächeninhalt des Dreiecks ABC ist, da diese ja den gleichen Flächeninhalt haben. Wir wissen also, der Flächeninhalt des Manteldreiecks ist genauso groß wie des Dreiecks ABC mit 98,74 Quadratzentimeter. Schauen wir uns das Dreieck ABC nochmal genauer an. Der Flächeninhalt vom Dreieck ABC ist 1 halb mal Grundlinie mal Höhe. AB ist hier die Grundlinie. Und die Höhe ist hier einfach die Höhe des Dreiecks H. Beginnen wir mit AB. AB kommt in diesem Achteck vor, was die Grundfläche der Pyramide ist. Und das schauen wir uns nochmal genauer an. So schaut das Achteck jetzt aus. Es besteht aus 8 Dreiecken und jedes Dreieck hat einen 45 Grad Winkel. Denn wir können ja einen ganzen Kreis mit 360 Grad jetzt eben durch 8 teilen und dann kommen wir auf 45 Grad. Zudem können wir überall eine Höhe einzeichnen und erhalten ein rechtwinkliges Dreieck. Von diesem Winkel aus gesehen ist dieser Teil jetzt die Gegenkathete, da sie diesem Winkel gegenüber liegt. Und das hier ist die Hypotenuse, da sie dem rechten Winkel gegenüber liegt. Wir brauchen also den Sinus. Und jetzt Achtung, der Sinus von 22,5 Grad. Denn der 45 Grad Winkel wird halbiert und die Hälfte davon ist eben 22,5 Grad. Dann, Gegenkathete ist A halbe. Die Hälfte von A, die Hälfte von 6,2 Zentimeter sind 3,1 Zentimeter. Durch die Hypotenuse eben diese blaue Strecke. Blau muss aus dem Nenner auf die linke Seite. Hier steht eigentlich geteilt durch blau. Wir machen das Gegenteil mal blau. Linke Seite, also der Sinus mal blau. Damit blau alleine steht, muss der Sinus auf die rechte Seite. Dazwischen ist ein Malpunkt. Wir machen das Gegenteil geteilt durch den Sinus. 3,1 Zentimeter geteilt durch Sinus von 22,5 Grad ergibt für die blaue Strecke 8,1 Zentimeter. Und AB besteht aus zweimal der blauen Strecke, also das Doppele. AB ist also 16,2 Zentimeter. Jetzt kann ich für den Flächeninhalt von ABC diesen Wert hier einsetzen. Und für die Strecke AB 16,2 Zentimeter. Damit kann ich h berechnen. Zuerst rechne ich die Hälfte von 16,2 Zentimeter ist wieder 8,1 Zentimeter. Damit h alleine steht, muss diese Zahl auf die linke Seite. Dazwischen ist ein Malpunkt. Ich mache das Gegenteil. Auf beiden Seiten geteilt durch 8,1 Zentimeter. Und das geteilt durch das ergibt für h ca. 12,19 Zentimeter. Wir müssen noch die Höhe der Pyramide berechnen. Das ist diese Strecke hier. Die kommt in einem rechtwinkligen Dreieck vor. Die anderen beiden Seiten kenne ich. Ich wende also den Satz des Pythagoras an. Der geht wie folgt. Die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat. MS soll alleine stehen. Das blaue muss auf die rechte Seite. Anstatt plus rechne ich das Gegenteil, minus. Rechte Seite, also grün, minus blau. Damit das hoch 2 verschwindet, muss ich das Gegenteil machen, also die Wurzel auf beiden Seiten ziehen. Wir ziehen die Wurzel von der kompletten rechten Seite. Und wenn wir das eingeben in den Taschenrechner, erhalten wir 30,96 Zentimeter für die Strecke MS. Jetzt müssen wir nur noch die Höhe der Pyramide minus die Höhe des Dreiecks ABC rechnen. Beides haben wir gerade berechnet. Und rechnen 30,96 Zentimeter minus 12,19 Zentimeter. Und das ergibt für die Strecke SC 18,77 Zentimeter. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald. 2- cards. So wie in Warschau. So wie in Warschau. Daaaach gargische Musik. Bis zum nächsten Mal.